ich wünsche einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen markt update den risiko und weiß gibt es natürlich wie immer vorab der handelt mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handels empfehlung ausspreche wir legen direkt los wir gehen rüber in die xstation und heute starten wir mal mit der ölsorte wti wenn wir ranzoomen und wir sind im wochenchart dann kann man erkennen dass in dieser woche die mittelfristige unterstützungszone um die 70 dollar getestet und auch erfolgreich verteidigt wurde wir sehen dass auch gestern das hoch der vorwoche geknackt wurde und wenn dieser bruch nachhaltig sein sollte dann könnte der ölmarkt sich weiter erholen und dann die obere grenze der mittelfristigen seitwärts range bei 74 dollar testen übergeordnet könnten wir einen aufwärtstrend haben aber das chartbild muss sich eben auch mittelfristig wieder aufhellen damit deutlich stärkere anstiege drin sind wir gehen rüber zum nestek future wir sehen dass die korrektur fortgesetzt wird und zwar wurde die 15.000 punkte marke mittlerweile unterschritten wichtig war vor allem zu beginn der woche die reaktion auf das hoch vom märz 2022 und möglicherweise könnte die erste unterstützung erst bei 14.494 punkten zu finden sein das bedeutet der markt hat also noch mehr spielraum nach unten ob es wirklich dazu kommt oder ob der markt vielleicht einfach vorher wieder sozusagen dreht und ein neues jahres hoch erreicht das bespreche ich auch etwas näher an meinem video von heute morgen link gibt es unten in der beschreibung schaut euch das also gerne an wer ein bisschen aktiver ist an den märkten wir gehen aber noch mal rüber zum deutschen leitindex und hier scheint der verkaufsdruck auch heute im vorbörslichen handel nicht nachzulassen die gewinne der vorwoche werden fast vollständig abgegeben aber es ist nach wie vor nur ein rücksetzer weil wichtige unterstützungsmarken noch nicht unterschritten wurden und da würde ich mich vor allem hier an dieser position orientieren 15.816 bis 15.891 da gab es in der vergangenheit die meisten berührungspunkte also im kurzfristigen bild und erst wenn dieser bereich nicht halten sollte wäre das sozusagen ein möglicher auslöser für eine deutlich stärkere korrektur wir gehen über zum euro dollar hier konnte der euro sich weiter erholen gegenüber dem dollar und was entscheidend war dafür ist dass die 109 42 geknackt wurde das ist ja ein zwischentief gewesen dass seit der vorwoche ja die erholung etwas ausgebremst hat oder gebremst hat und gestern gab es eben den bruch nach oben die aufwärtsbewegung oder der aufwärtstrend wurde kurzfristig durch ein höheres hoch bestätigt und jetzt könnte ein fünfter test der 1 10 33 drin sein wenn er uns daran wichtiger hochpunkt vier fehlausbrüche und jetzt gibt es also vielleicht die neue chance nach oben auszubrechen wir gehen rüber zu gold hier wurde das wichtige tief bei 1934 dollar erneut unterschritten und zwar zum dritten mal wir erinnern uns daran es gab zwei fehlausbrüche und jetzt wurde zumindest ein neues drei monats tief erreicht die frage also gibt es erneut eine schnelle rückkehr um den preis sozusagen ja wieder nach oben zu pushen den goldmarkt zu stabilisieren oder driftet der markt eben weiter ab da könnte es dann relativ schnell in richtung 1870 dollar gehen weil da auf diesem weg keine stärkeren unterstützungen zu finden sind zumindest nicht im wochenchart und jetzt muss man eben überlegen ob sich das eben hier ob es da eben einen dritten fehlausbruch gibt oder nicht aber auch da gibt es in meinem video entsprechende setups abschließend noch der bitcoin die langfristige marke bei 25.200 dollar hat er in der vergangenen woche gehalten es gab einen retest und auch eine positive reaktion und dann gab es in dieser woche ein anknüpfen an diese gewinne und die erholung gewinnt eben auch an dynamik beziehungsweise die erholung ist eben ein neuer aufwärts impuls und wir haben ja hier noch eine bullische struktur und deswegen besteht jetzt eben die möglichkeit dass der aufwärtstrend bestätigt wird dafür müsste die 31.000 dollar marke geknackt werden dann könnte es in richtung 32.000 gehen und dann vielleicht sogar auch wieder in richtung 48.000 auch hier wie gesagt mögliche setups für long und short gibt es dann in meinem video wenn euch das ganze gefallen hat das gerne einen daumen da und ansonsten würde ich mich natürlich freuen wenn sie beim nächsten mal wieder einschalten machen sie es gut und viel erfolg